es geht wieder los ich bin an der road heute geht es mal wieder auf zwei volksfeste auf denen ich tatsächlich bisher noch nie war es sind auch keine riesigen volksfeste sind auch eher kleinere städte vielleicht sogar dörfer ich weiß gar nicht ob es auf jeden fall keine großstädte es geht heute nach amberg aufs volksfest auf die duld besser gesagt und nach schwandorf aufs volksfest auf dem pfingst volksfest pfingst wochenende da gibt es ja volksfeste wie sand am meer und ja es sind wie gesagt nicht riesige volksfeste gibt aber durchaus ein paar coole attraktionen in amberg gibt es nämlich zum beispiel den devil rock den ich ewig nicht mehr gesehen habt ihr steht zwar im herbst noch in lürnberg ich freue mich aber das ding jetzt schon mal fahren zu können deswegen da freue ich mich sehr drauf und aber auch in schwandorf gibt es ein paar coole attraktionen unter anderem den breakdance happy traveler ein bisschen anders aussehender breakdance ist ganz cool ja ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit es wird nicht ein allzu langer vlog weil wie gesagt so groß sind die feste nicht als erstes geht es jetzt nach amberg da fahr ich circa 50 minuten hin von amberg nach schwandorf sind es dann nur ungefähr 24 minuten fahrt noch mal also die liegen auch sehr sehr nah beieinander die feste und ja dann sehen wir uns gleich in amberg wieder so ladies and gentlemen ich bin jetzt angekommen in amberg auf der duld ja es ist hier 11 uhr eigentlich soll ich seit zehn uhr früh shoppen sein im festzelt das ist naja also eine band ist noch nicht aufgebaut und so viel ist noch nicht los also amberg schläft noch oder ist verkatert vom vortag die fahrgeschäfte öffnen jetzt gleich um 12 uhr also ist noch ein bisschen zeit bis dahin ich werde mit der zeit jetzt auch mal was zu essen suchen und ja dann geht es auf jeden fall auch gleich los ist ein recht überschaubarer platz wie ihr seht kleines riesenrad der rock steht eben da der mexican vielleicht steht da eine neuheit neu thematisiert und ja noch ein kleines laufgeschäft ist mit am start so ein hawaii swing ist noch am start also alles recht überschaubar ja dann warten wir jetzt mal kurz und dann geht es auf jeden fall auch gleich schon richtung der will rock ich habe echt bock das ding endlich mal wieder zu fahren ja leute natürlich wie soll es auch anders sein fängt pünktlich um 12 uhr an zu regnen relativ stark sogar die hauptattraktion devil rock und mexican flight haben auch leider noch nicht offen ich hoffe es gleich wieder nach ich warte mal noch einen moment und ja mal gucken hoffentlich geht es gleich los hier ja ich werde jetzt mal als kleiner zeitvertreib weil es scheint jetzt erst mal nicht aufzuhören zu regnen und die meisten geschäfte wie gesagt haben noch nicht offen outback adventure hat allerdings schon offen ein kleines laufgeschäft das ich bisher noch nie angetropfen habe es ist recht überschaubar ist jetzt nicht allzu groß aber ich nehme es mal mit ich schaue mal rein ja und dann bekommt ihr da jetzt ein paar impressionen von auf geht's ich war jetzt gerade eben im laufgeschäft outback adventure und es war sogar ganz cool an manchen stellen zwar ziemlich eng und einige hindernisse wo man wirklich fast das wasser gefallen ist aber war ganz cool sogar länger als erwartet muss ich sagen es ging ja doch hinten noch mal rum war ganz cool also was bisher in armbäck negative auffällt ist dass wirklich die hauptattraktionen nach wie vor zu haben und das ist noch kein eifersfall das war wohl gestern auch schon so finde ich ein bisschen blöd ehrlich gesagt es regnet zwar und es ist nicht so viel los aber die leute haben ja trotzdem bock was zu fahren aber wenn natürlich nichts da ist und nichts offen hat das ist ein bisschen schwierig deswegen ja ich hoffe dass das jetzt mal langsam hier was wird weil ehrlich gesagt ich will ja noch nach schwandorf fahren und möchte gerne weiter ziehen ja mal gucken ich warte mal noch ein bisschen und hoffe dass hier mal was vorangeht ich brauche mal ein bisschen Dann geben wir mal Gas hier auf den ganzen Homen. Und die alten Schöpfen! Ja! Gehen wir mal Gas hier los! Mit Mexican Flight bin ich jetzt gefahren. Ja, endlich hat es aufgemacht. War ganz cool die Fahrt eigentlich. Ich finde das Geschäft an sich auch von außen recht schön thematisiert. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Jetzt warte ich ja eigentlich nur noch auf den eigentlichen Anreisegrund für mich tatsächlich, nämlich der Devil Rock. Allerdings, ja, es regnet halt nach wie vor. Ich denke, es dauert noch ein bisschen. Der Mitarbeiter ist zwar hier und da schon ein bisschen mit dem Lappen unterwegs, aber ich habe noch keine Musik gern, Kasse hat noch nicht offen. Da werde ich mich wohl noch ein bisschen gedulden müssen. Und ja, ich warte jetzt einfach noch so lange und ihr bekommt gleich ein paar Impressionen vom Devil Rock. Ja, wirklich gefühlt eine halbe Ewigkeit später. Also Devil Rock hat jetzt dann um 2 Uhr kurz nach 2 Uhr aufgemacht. Zwei Stunden nach offizieller Fahrgeschäftsöffnung. Ich verstehe es nicht. Aber gut, ja, Fahrt war ganz cool. Ich bin, wie gesagt, ewig nicht mehr gefahren. Ist ein sehr intensives Fahrgeschäft. Ist echt was Hartes auf jeden Fall. An manchen Stellen natürlich auch wieder ein bisschen unangenehm. Wird man da in den Bügel gedrückt und so. Ist halt mit Überschlag. Aber echt cool. Auf jeden Fall was für die Jugend. Ja, jetzt geht es weiter. Ihr seht schon, ich bin schon wieder auf dem Weg zum Auto. Denn jetzt geht es nach Schwandorf aufs Volksfest. Dort stehen auch ein paar Fahrgeschäfte. Was genau, zeige ich euch dann. Und ja, dann sehen wir uns gleich in Schwandorf wieder. Angekommen in Schwandorf. Und ja, hier ist eigentlich echt super Stimmung. Kleines Fest. So, ich bin schon mal drüber gelaufen. Ist echt ganz cool. Und hier ist auch ordentlich Stimmung. Happy Traveller von Gag. Bin ich ewig nicht mehr gefahren zu Retz vor, ich glaube, 4, 5 Jahren in Neumarkt. Ich freue mich, das Ding jetzt mal wieder zu fahren. Steht sonst auch immer in Bremen. Und ja, dann geht es jetzt rein in Happy Traveller. Auf gehts! Jetzt habe ich meine Frage. Seid ihr bereit? Ich bin jetzt gerade mit dem Happy Traveller gefahren. Echt cool. Ich finde diesen Brake jetzt eigentlich echt nice. Weil der doch auch ein bisschen anders aussieht. War eine coole Fahrt. Gute Stimmung. Und jetzt geht tatsächlich ein für mich. Auch neues Geschäft. Fast & Furious. Ich bin sehr gespannt. Sehr intensiv. Sehr schnell vor allem. Und ja, dann gehts jetzt rein da. So, machen wir mal kleine Reden. Kleine Dienstkontrolle. Mal schauen, ob ihr da oben alle noch fit seid. So, mit Fast & Furious bin ich jetzt auch gefahren. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ordentlich lang und ordentlich aufgedreht. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Attraktion, die ich hier unbedingt machen will. Godzilla bin ich auch schon ewig nicht mehr gefahren. Ich überlege auch die ganze Zeit, wo ich gefahren bin. Ich bin schon mal gefahren, aber ich weiß es nicht. Das werde ich jetzt noch als letztes fahren. Und ja, dann werde ich auch schon wieder gehen. Ich habe heute nämlich noch ein bisschen was anderes vor. Und ja, dann kriegt ihr davon jetzt nochmal Impressionen. Ja, und mit diesen Impressionen aus Godzilla war es das dann für heute. Also richtig heftig gewesen, die Fahrt. Ich finde das echt richtig intensiv. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass euch die Impressionen gefallen haben hier von den beiden Volksfesten. Es war zwar alles recht chaotisch, trotzdem konnte ich einige Impressionen für euch einsammeln. Und ja, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Leute. Ciao, macht's gut. Ciao.